Okay, das ist ein bisschen zu weit, ja. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Okay, das ist ein bisschen zu gefährlich. 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 Und ganz schnell raus hier. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Okay, also ich habe es gerade aus. Das ist ein bisschen zu gefährlich. 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 Und jetzt bitte einmal mischmaterial. Ach toll. Feuher habe ich immer so viel gebraucht. Und jetzt brauche ich überhaupt nicht mehr. hab ich hier noch was zu liegen was ist das so rum okay klein rein Okay. So, und jetzt fahren wir mal zu einer Stelle, wo der kommentare Teil da hochguckt. Mal gucken, was das ist. Ach, okay. Ist ein Geysir. Für Wischmaterial. Kommen wir hier. Pflanzen. 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 so alles aufgebraucht ich brauche mischmaterial garantiert mehr an das ist hart so hart Ich bin ein Träger. das war knapp so wie machen wir langsam vorsichtig Ah, okay. Da habe ich schon mal einen Ausgang gebuddelt. Oh, okay. Oh, okay. Ich zeige, wo ich damit anfange. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ja, machen wir mal. Und wir haben keinen Faunt. Oh, okay. Ich will doch bloß mal auf einem anderen Planeten, Leute. Ah, jetzt. Okay. So, da bin ich. Da ist das, da ist das, da ist das. Äh... Ich will jetzt auch mal gerne... Nein, kann ich ja nie. Ich brauche ja ein Habitat. Ich brauche ja ein Habitat. Das sieht echt komisch aus. Aber nehmen wir mal mit. Aber bloß nicht runterfallen. Und wieder rein. Und wieder rein. Und wieder rein. Da sind wir jetzt noch nicht raus. Lass uns jetzt zum Wolken, okay.